Der Traum Ich hatte einen wunderbaren Traum gehabt. Aus weiter Ferne war ich am Morgen zurückgekehrt. Menschheitsrätsel schienen mir in einer Vision aufgegangen zu sein. Ich fühlte die allumfassende Macht des Schöpfers und seines ewigen Widersachers, wie sie teilhatten an der Erschaffung der Welt und ihrer Krone, wie auch ihres Verderbens, des Menschengeschlechts. Nach Atlantis war ich hinabgestiegen, der Perle im Ozean und der Wurzel der Wissenschaften, deren Legende kühne Menschheitsträume angeregt hat, von der Beherrschung der Meere und dem Sieg über die Naturgewalten und deren Untergang von manch vergessenem Dichter besungen wurde. Ein großer Herrscher war ich gewesen in den Kleinsten der sieben Reiche, die lange Zeit Bestand hatten auf der Insel. Dieses Reich war berühmt wegen des Wissens der herrschenden Kaste über Astrologie und die Künste der weißen Magie. Große Eingeweihte hatten hier gelebt und ihre Wissenschaft in lebendigen Schulen an die Söhne der Vornehmen und diejenigen weitergegeben, die sie für Wert erachteten. Mein Vater und mein Großvater waren schon Gottkönige gewesen, die das Volk als Söhne des Sonnengottes betrachtete, die sich nach ihrem Tod in die Sonnenscheibe verwandelt hatten und nun für immer mit ihrem Vater vereint die Welt regierten. Doch standen sie im Widerstreit mit den Söhnen des Mondes, die im Nachbarreich herrschten und eine Dynastie von machthungrigen Gewaltherrschern bildeten, die vor Eroberung nicht zurückschreckte. So war dann das kleine Reich oft von Kriegen überzogen und hätte es nicht die Unterstützung eines der größeren Reiche gehabt, das gerüstete Krieger und große Schiffe entsandte, wären die Söhne der Sonne wohl schon von ihren Thronen vertrieben worden. Nun aber herrschte ich seit 26 Jahren und hatte zahlreiche Söhne gezeugt, von denen der Älteste einmal die Regierung übernehmen sollte. So träumte ich. Als ich mich gerade aus dem Bett erheben wollte, um mich zu waschen und anzuziehen, schellte es an der Tür. Es war der Postbote, der mir ein Schreiben vom Arbeitsamt aushändigte. Ich hätte mich sofort zu melden, sonst entzöge man mir meine finanzielle Grundlage. Ob das Arbeitsamt wohl Umschulung zu Bundespräsidenten anbot?